Moin Moin und Willkommen zu Let's Play Rocket Leech mit dem lieben Freak Wuhuuu Dem Ingyalt Moin Moin Den Ranjit Vielleicht schießt der Ranjit ja Tore Aber der Mops will es nicht tun Ah komm der Raid der tut das nicht mehr Aber der Ranjit Jetzt schieß ich ein Tor, in dieser Runde schieß ich ein Tor Ihr habt es gehört Leute Schreibt jetzt in die Kommentare ob das der Fall sein wird Und ich bin dann in den nachfolgenden Match dann auch mal langsam für Gruppenautos Das zeugt von Respekt Nord Blue Man Ah ich stehe wieder perfekt hier Ich auch Ich nicht Schade ich habe leider den Ingame Chats aus Bäm An allen vorbei Ja Neues Spiel, neues Glück Mopsi Ah schade Wer steht im Tor? Keiner im Tor, kein im Tor Nicht in meiner Schicht, doch in meiner Schicht Oh shit Um Gottes Willen ey Drückt mal alle A Oh nein ey Jetzt kann ich die ganze Runde wieder nichts sagen Ich habe den Ball noch vor der Nase weggeschnackt Ja Ich könnte dem Gegner keine Tore Ich habe Punkte Nicht in meiner Schicht Ich tatsächlich noch nicht Nein Mopsi Nein, nicht in meiner Schicht Verwirrt Gut in ihr halt Das dient hier der Verwirrung von mir selber Ja Das wird mit passt, wenn er ankommt Ich verwandle ihn nicht Oh, ich hätte jetzt wieder ein schönes Eigentor machen können Ne, du hast wirklich schon vergeschossen Naja Punkte Ach, zu schnell Zu schnell gewesen Oh nein, 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 nein Oh Oh wait, du hast das Auto gewechselt Ah schade Ja, habe ich Taktischer Vorteil dadurch Natürlich Natürlich Ich habe keinen Buß Aber dafür unser Seifenbläschen So ein bisschen mittig Nochmal mittig Ah, schade Ich zerstöre ein Ich wurde zerstört Nein Ich glaube, der hat mich gehört Bam Tor Ich krieg die Vorlage Geil Wie auch immer Weiß ich nicht Aber Ingeid muss wie immer das erste Tor schießen Wo war das die Vorlage? Ja, weil der vorher wohl irgendwie am Ball war Irgendwer muss die Vorlage kriegen Wow Okay, ich staube ab, ich stehe in der Mitte Meinen von hier Mittelfeld, passt Oh Kein Torschuss Ich bleib jetzt aber hier stehen Der Ball wird mich berühren Um zu erfallen Du bleibst da wirklich stehen Jetzt Raid 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 Oh Gott Ey, besser Besser hättest du es gar nicht machen können Der kam genau auf dich Das war Er hat ihn genau auf mich schießen können Der war genau auf dich Du bist du weggefahren Achso Der kam genau dahin Wo du die ganze Zeit standest Aber ich sehe schon Du wirst es wieder spannend machen Nein Ey, warum war das gerade ein Torschuss? Ich habe keine Ahnung Und jetzt Ingeid Achso Ich glaube ich habe dich weggekickt Wen? Nee, gut, dann nicht Boah, so nicht Nein Not in meiner Schicht Jetzt, jetzt, jetzt Irgendwer war da gerade Achso Sah spannender aus Als es wirklich war Raid Sehr schön Ach Mensch Alles gut Machst du mich da einfach kaputt Achso Raid sagt nichts mehr Der ist hochkonzentriert Der braucht diese Runde ein Tor Und wenn es dein Tor ist Tor ist Tor Geiler Move von mir Nein Verdammt Alter Ich habe insofern schuld Dass ich gerade völlig verwirrt rumgefahren bin Oh Oh War leider ein paar Pingpong Bin ganz hinten Ich fahre mit rauf First Strike Miner Doch nicht Zerstört Okay Jetzt ist es gerade ein bisschen unkoordiniert alles Wir müssen wieder lernen zu kommunizieren Genau Ich bin am Ball Ich bin am Ball Ich bin mittig Ah, ich bin nicht mehr am Ball Mittelfeld Pass Ecke Mittelfeld Pass Schuss Haha Ingehalt Er kommt nochmal aber ganz ganz flach Wenn er kommt Oh Oh Jetzt aber Oh wenn du jetzt reinge... Nein Ingehalt Scheiße Er kommt nochmal hoch Macht ihn Der ist auch warm Der ist auch warm Nein Schade Könnt ihr mit der nächsten Ganz kurz auf mich warten Ich muss kurz wein gehen Nein Bis gleich Äh Wie warten? Na gut dann passen wir in der Zeit unserer Autos an Dann hat er halt ein anderes Auto Denn wir sind ja mitten in der Folge Okay Garage Jetzt muss man mal gucken welche welche wir alle die gleichen haben Ne Habt ihr schon alle freigeschaltet? Also Morgst du jetzt vor allen Dingen? Ja du hast alle freigeschaltet? Ich habe alle frei Okay Ähm Ich bin für den Backfire oder den Roadhog Was sind die andere? Achta Der Backfire sieht natürlich nicht schlecht aus Gut Ingehalt mag den auch Also nehmen wir den ne? Alles klar So Bei den Aufklärern habe ich leider nur Flammenflügel Schädel Ich habe leider nur Blitz Ich habe nur Flügel oder Schädel Und Blitz Sterne Streifen Gut Blitz habe ich nicht Ich nehme Schädel Wäre natürlich gut wenn der Raid da wäre Dann könnte man 2-2 machen Ja Ich habe genug geheult Achta ist er Achta ist noch da So Raid Das wird jetzt wegen dir eine Überlängenfolge Wir passen gerade unsere Autos an Achso Muss ich das Mütter verlassen? Ja Nein Hä? So ja Mütter ist das Hauptmenü So Raid Du nimmst dir den Backfire Den Backfire? Backfire Ja warum? Und Schädel Als Aufkleber Wenn ich die überhaupt schon habe Bestimmt Nö Ne? Was hast du? Gar nichts Okay Der ist ja auch egal Dann müssen wir da halt variieren Farbe Oder Ja was soll ich jetzt nehmen? Achso ja Ich könnte den hier nehmen Ich könnte den hier nehmen Den hier? Ja Ah ok ok Schön in Optimus Prime Lackierung Nimm den Backfire Die Farben Äh ja Sucht euch was aus Das dunkle Blau Was man schon die ganze Zeit hat Und passt ja Ja also vorletzte Spalte Ganz unten Vorletzte Spalte ganz unten Ok Äh ja alles in Metallic Und dann schwarz Als sekundär Farbe Ich habe hier keinen Aufkleber Also Rot genau dasselbe Also genau dieselbe Position Und auch schwarz Äh Kann er kein schwarz wählen? Sekundär Kann es unten liegen Achso da auch schwarz? Achso da Ja ok ok Und das rot ist halt wie gesagt Dasselbe wie in der blauen Spalte Ja ok ok So Felgen Da habe ich so geile Severgate Felgen Da ist ein fetter Totenkopf drauf Habt ihr die auch? Ja Boah muss ich mal gucken Äh 3D Und 4D 1, 2, 3 Tomahawk habe ich 4D Reihe wäre das 4D Reihe habe ich noch gar nichts Achso Ne Dieter Also wie viel rein habt ihr? 2, 3? 3 Und 1 fehlt noch Gut Wollen wir die Ketten nehmen? Mountain 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 here Mountain here genau Jo Gut Darf ich weiter ein Geld scheißen? Ja das ist die Frage Was nehmen wir als Auspuff? Komm wir sind alle rich Lass uns Geld scheißen Na Geld habe ich auch Geld habe ich auch? Ok Geld Geld habe ich nicht Ne Ok Aber ich kann Konfetti nehmen Sieht ja fast gleich aus Ich kann doch Heilig nehmen Ich kann doch Sterne nehmen Ja Ich habe Also Inga und ich haben das meiste Wahrscheinlich schon Ja Sollt ihr euch was aus? Fabian hast du Sterne? Ne Hast du Plastmann? Auch nicht Hast du Datenstrom? Ja den habe ich Wollen wir Datenstrom nehmen? Den hätte ich auch Der heißt Datenstrom Der heißt Datenstrom Oder Flammewehr vergrünen Sieht auch geil aus Äh Datenstrom habe ich tatsächlich nicht Ok Flammewehr vergrün? Flammewehr vergrün habe ich Hab ich leider nicht Na Äh Was haben wir hier unten noch Thermik Hat irgendwer Thermik Lila Habe ich Ich auch nicht Haben wir Thermik Thermik habe ich Blau Gelb Grün Lila Und ohne Farbe Der Raid hat der nur Lila Achso Wollen wir alle Konfetti nehmen? Habe ich nicht Achso du hast das nicht Ähm Hydro habt ihr Hydro? Nein Ne Habt ihr irgendeine Jungen? Nein Blau und Lila auch Okay Regenbogen? Nein Standard habt ihr die Standarddinger? Nein Die Standardfarbe? Ja dann lass uns davon einen nehmen Ey warte ich hab grad Ich hab doch Thermikblau Kann man doch nehmen Ja ich hab auch nicht Thermikblau Dann nehme ich dann halt Ah gut dann nehmen wir halt Was wäre ich Nee dann nehme ich Thermikblau Und ich nehme Standardblau Sie ja fast gleich aus Standardblau ja? Ja ich nehm Standardblau Gut Dann könnt ihr Thermikblau nehmen Okay So Mützen Hab ich Teufelzirna zum Beispiel? Die hab ich auch auf Haben wir die alle? Ich hab nur Feuerwehrhelm Sombrero Und diesen Mariachi Hut Den Mariachi hab ich auch Ich ja auch Dann würde ich den Mariachi nehmen Im Gegensatz zu den anderen Ja Mariachi ja Ja okay Okay dann noch die Antenne Verbindung getrennt Gibt's doch äh Communities Youtube Gaming Ja die könnt ihr echt nehmen Ja Ja dann nehmen wir die Wunderbar Dann nehmen wir die Und dann zum Hut Gucken wir uns mal hier die ganzen Karren an Jawohl Ich weiß zwar nicht warum die eine Karre blau ist Das soll vielleicht heißen dass das meine ist Keine Ahnung Ne bei mir bin ich blau Ja ja sag ich ja Ja dann ist jeder für sich selber blau Okay Nö ich bin rot Gut ja Du bist ja auf Raid Also 4 gegen 4 Wir suchen mal Herrlich Kriegen wir hier heute mal eine kleine Überlänge rein Aber dafür sehen wir alle schick aus mit unseren Hüten Ja Außer die 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 Aufkleber Die müssen wir natürlich noch alle gleich haben Hast du jetzt Totenköpfe genommen Injeld Ne ich hab die Flügel Ach dann hab ich die Totenköpfe Alles klar Ich hab gar nichts Pinguinboss Pinguiniboss Ich stehe wieder vorne Pinguinboss Ich hoffe ja mal dass irgendwer den Ton anhat Ja 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 Perfekt Ray Das ist dein Ding Meins nein Nicht meins Oh Inga Schöne Vorlage Und was mach ich draus Nix Oh Da wurde ich von meinem eigenen Team mit weggestoßen Ich hab's ja nicht Äh Ich hab aber 30 Punkte für den Torschuss bekommen So ist nicht Ich hatte weiter vorne gespielt Ohne es zu wollen Oh Der kommt noch Er lenkt ihn noch nach oben Ach schade Alle Schöpfern sind vor Ich Freiungsschlag Oh Gott Ray ist zweiter von den Punkte Aber das Gute ist, dass er mehr nicht machen wird Jawoll Und schon ist er noch Ja ich hab noch ein bisschen Das Tor war sehr gut gemacht von mir Man muss die Kraft des Gegners gegen ihn einwenden Genau Genau Das macht man im Kampfsport auch so Oh Oh Jetzt will ich erziehen Oh Da hat der Freak wieder zugeschlagen Sehr schön Wollen wir uns nochmal angucken Ach wie schön Oh und das aus diesem Winkel Herrlich Herrlich Ein Rocket League Gott möchte ich fast meinen Ich ins Tor Ey bleib weg hier Ich hab hier keinen Noob gebraucht Okay Dann die ich halt an der Decke Ja okay Ray du hast versprochen du machst diese Runde ein Tor Ja Wir warten Überall länger gesorgt Also Nee 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 du hast diese Runde musst du jetzt auf das Tor fallen Mopsy macht ihn nicht Oh da kommt der mit Boost noch an Okay Okay Ein Tor Nein Weg Wow Nicht in unserer Schicht Hat irgendwer Hat irgendwer was bekommen? Äh ne Befreiungsschlag hab ich gesagt Oh okay Du warst das Okay Das ist ne Ball Ich weiß nicht wie wir den da raus gefischt haben aber Raid Oh Gott Oh pfff Raid du kannst doch nicht auf der Linie stehen Nachher schließt du den noch raus Ja Nö Bam Geil der Einer hat grad gelauert auf dem Ball Den hab ich erstmal schön in unser Tor geschossen Die sind sich auch uneinig Ah Ja irgendwie weiß ich auch nicht was die da machen Ach Mensch Nicht in meiner Schicht Oh Oh Alter Oh Sehr schön Und ich kann die Vorlage Nice Er hat fast sein Eigentor noch gemacht Aber Mann ist das Tor gewesen Schönes Tor Schönes Tor Bin am Ball Ich bin am Ball Und in die Mitte Ich dreh hier meine Runden Und steh hier schon seit Stunden Verdammt Verdammt Ich helfe aus Doch nicht Boah was für ein Eigentor Jawoll Junge Hier berührt er ihn Das gibt's ja gar nicht Das gibt's ja gar nicht Alter Oh wer wollte denn da absnackeln Ja ich wollte einen für Raid schießen Ah ok ok Ich bin ganz hinten Ihr könnt alle drauf Ok Oi 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 Weg Raid Oh der hat mich kaputt gemacht Ja 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 nein Nein Der wär hin Nur zur Verteidigung der wär eh nicht gekommen Nein Ich hab gerade irgendwen voll weggehauen Nicht in meiner Schicht Ok 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 Ey Ich warte nur auf die nächste Chance man Jetzt freie Bahn freie Bahn Raid ab an den Ball Wo's Raid Nein was macht er Der hätte sich noch einmal die Chance Und dann ist er doch klappen können Alle Gegner verwirrt irgendwo Oh verdammt wo kam der denn her Es war sowas von mein Tor Oh Oh shit Ich hab's nicht gesehen Aber ich sag trotzdem oh Mal gucken Okay der war ganz nett Hat ihn jetzt Flügel bekommen Ich bleib hinten Schade dass es beim 4-4 keinen Ranked gibt Ja Raid 50 Sekunden hast du ja noch Ach Raid Ey ja den hätte ich ja nicht verwandelt bin Ja aber der war hinter dir und du Haus vom Ball Oh schön Für die Zuschauer den widme ich Raid Ich finde das ist noch fair Ach danke schön Ach danke Bei einem 6-0 wenn er da kein Tor schießt Dann waren wir alle halb Das geht besser Das kommt jetzt Das kommt genau jetzt Äh Raid auf das blaue Tor spielen Ach was nö Ich hab hier viel bessere Chancen Nein Nein Ach schade Ah Mist Boing Boing Ja Krass Krass Und Raid schießt ein Tor Jetzt kannst du ein Tor wieder zurück haben Freak Ja Alter 7-0 Und Raid war dabei Ich war dabei Ja Lass dich nicht den Boden berühren 7-0 7-0 Und Raid war dabei Und ich hab ein Tor gemacht Darf ich über die Königskrone aufsetzen Mopsi Achso Ja Vielen Dank bist du schon Und bis zum nächsten Mal Ich war noch ganz geflächt davon Guck mal da Tore 1,2,3 Auf jeden Fall Tschüss Nausend Ciao